Ich nehm das auch mal auf. Einfach so, weil ich Bock hab. Wer weiß, was wir da sehen. So, ähm, du bist jetzt leider vor meinem Startknöpfchen. Ja, ist mir doch wurscht. Ich wollte doch erst mal gucken. Ja, ich kann aber nicht auf Start drücken. Kann ich denn, ja? Ich will doch auch nicht, wenn ich, äh, ja. Wenn ich bereit bin. Beschlossen aufgrund unnatürlicher Tode ist diese Schule schon jahrzehntelang verlassen. Hallo. Nee, hat auch keine andere Map. Guck mal. Ja, stimmt. Das sieht immer noch genauso aus. Ja, weil, ach, das Asylum hatte ja vorher auch eine komplett andere Map, die wo auszielt, außer wie das da. Ja. Ist auch anders, oder? Nee, die sieht nicht anders aus. Ja, ich wollte gerade springen. Nee, die sieht nicht anders aus. Nö. Tornhalle. Ja, da ist immer noch die Tornhalle. Ich bin auch leicht geblieben. So. Aber sie haben es jetzt im positiven Veränder. Ja. Ja, wir sind raus. So, ich nehme jetzt einfach mal zufällig irgendwas. Wie zufällig. Wie zufällig. Ja, so ein Geist, weil wir müssen ja eh beenden. Ach so. So, habt alle ausgewählt, was ihr wollt, ja? Ich nehme ein Handtuch. Ein Handtuch? Okay, den wollte ich auch nehmen. Dann nehme ich den Audio. Nee. Nur so als Info. Ich habe auch den Handtuch. Nicht dein Ernst. Dann nehme ich mal den Poltergeist. So, habt ihr fertig, ja? Yes. Von all den Geistern dürfen wir uns einen aussuchen, wenn ihr... Ein Moroi. Von allen Geistern, die wir retten, nehmen wir uns alle drei einfach den Handtuch. Ja, scheinbar. Warum auch immer. Guten Tag. Die Zahnke kommt und holt die Zähne nach. Und lässt Vater noch klar. Doch was sie damit macht, weißt nur die Zahnke, wenn ihr holt die Zähne nach. Oh, jetzt ist hier zu. Guck mal. Oh ja, es ist hier offen. Okay, dann ist das so wie gedacht. Dass das... Ja, okay. Jetzt... Oh, jetzt ist hier versperrt, ja. Also ist das auch immer zufällig. Ja, auch finde ich cool. Ja. Weil hier kommt auch die Langweil auf. Hast du ein kleinerer Asylum quasi, wenn du gar keinen Bock auf das Riesige hast. Aber hast du immer anders. Aber es ist nicht immer das Gleiche. Ja. Das finde ich cool. Okay. Aber raus kann man hier trotzdem nicht, ne? Also den Innenhof. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der vielleicht auch mal offen ist. Was ist zu? Bum, 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 bum. Habt ihr... Spielen ihr auf dem Klavier? Ja. Aber das war ich nicht. Ach so, nee. Ich hab das Klavier noch bis zum Eingang gelegt. Denk hab ich mich gewundert. Ach so, spielst du nochmal an? Ich hab's gemacht. Kann man das wieder abschalten? Oh ja, man kann's auch wieder ausmachen. Man kann's auch wieder ausschalten. Und hinterher vergessen, wo es ist. Oh, hier ist noch ne Tür. Kling, 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 kling. Das ist das neueste Lied. Hi. Hi. Oh, die Wude-Puppe. Ja. Handen durfte er jetzt eigentlich nicht, oder? Theoretisch. Ist ja ein freundlicher Geist. Oh, Hara. Alter. Was? Hast du gerade das Buch geschmissen? Nein. Okay. Ah. Ah. Ähm. Okay. Ich bin tot. Ich dachte, der Geist ist freundlich. Ich denke mal, die gute Salome hat die Wude-Puppe benutzt. Die ist gerade, die ist direkt vor mir aufgetaucht und ich war instant weg. Ja. Oh Mann. Da hätte ich, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Nee. Ich dachte gerade, hä? Den schnalle ich nicht. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Okay, bei Memo an uns, bei verfluchten Gegenständen wirkt das nicht, dass man den Geist auf nicht jagen gestellt hat. Vermutlich, weil das auch nicht als Jagd zählt, denke ich mal. Aber immer ich, weißt du. Die benutzt die Wude-Puppe, dann klingelt diese... Ah, ich kill's. Ja, die benutzt die Wude-Puppe, dann klingelt diese Eingangsglocke, dann fliegt ein Buch durch mich durch und dann bin ich tot. Das ging fix. Viel gespürt habe ich, glaube ich, nicht. Das schnellste Tod ever. Aber echt? Ich habe auch keine Schritte und nichts gehört, die stand auf einmal vor mir und dann war ich weg. Zack weg. Aber das war jetzt, das war jetzt aber auch nicht so ein Jumpscare, weißt du, so wie es in vielen anderen, wo die schreiend vor einem auftaucht, sondern sie ist kurz aufgeploppt und dann hatte ich nur noch die Hände im Gesicht. Ja. Na ja, meiner Meinung nach hätte ich ja diejenigen sein müssen, die das bei mir schon haben. Ich stand halt neben dir. Oh. Ah ja. Weißt du, und ich kriege hier noch einen Herzinfarkt, weil auf einmal die Klingel losgeht, weißt du, und dann ein Buch durch mich durchfliegt. Und ich stehe doch da, hast du das Buch gerade geworfen? Nö. Und auf einmal, zack, bumm, weg. Ich habe auf dem ganzen Weg nach draußen, wo ich die Wundepuppe nahe, immer mal wieder eine Nadel reingeschoben. Oh, Alter. Okay, ich hatte wahrscheinlich doch einen sehr brutalen Tod. Ja. Ja. Dann kurz, bevor du gestorben bist, ist dann natürlich die Nadel ins Herz von der Wundepuppe reingeschoben. Wow, dankeschön. Bitteschön. Ja. Oh Mann, ey. Zumindest, was die Wundepuppe tut. Ja. Das wirst du ja vorher schon. Ich wusste, dass es so schnell geht. Das ist ja immer so zufälligerweise, wo die Nadel reingeht. Ja, aber da dachte ich mir auch gerade, vielleicht ist das Zufall, wo die Nadel gerade rein sticht. Und wenn sie halt ins Herz sticht, dann stirbt halt wahrscheinlich instant irgendeiner von der Gruppe. Ja. Ja. Interessante Erfahrung. Ja. Chrissy dachte sich die ganze Zeit, renne mit dem guten Ding. Ja. Als du rennst raus, tust du die erste Nadel rein, dann zweiter, tust du die nächste Nadel rein, dann noch eine Nadel, auf einmal kommt zum Buch geflogen, die nächste Nadel rein, dann einfach reinschieben, bis ich auf das Buch geflogen kann. Und wieder in eine Nadel rein, und dann hört man nur noch Sira schreien. Nee, du hörst kurz in Hand, dann hab ich nur noch gesagt, okay, Sira rennt zur Tür, geht nicht weiter. Ja, und was jetzt? Ja, und nur. Dann machen wir noch Sturz neben mir. Ja. Ja, vor allem, ich hab halt auch nur aufgeschrieben, weil ich so erschrocken bin. Aber ich glaub, das hat Discord, das hat Discord, glaub ich, wieder, äh, Discord sag ich, und das hat, das hat dann, glaub ich, ähm, das Spiel wieder irgendwie leiser gedreht, oder so. Aber das hätt ich aufnehmen müssen mit der Voodoo-Puppe, das war lustig. Ja, ich hab's dann leider nicht gesehen. Ja. Ja, dann nimm mal die Voodoo-Puppe, nehm auf, und dann geht ihr zwei nochmal rein, und dann geht da nochmal rein. Nee, die Voodoo-Puppe ist fertig, die kann nur einmal genutzt werden. Ja, ich weiß, ich weiß, schade. Ich konnte doch die letzte Nadel reinstecken, mehr konnte ich nicht mehr machen. Schade. Oh Mann, ey. Hey, ich bin die Voodoo-Puppe tot. Ja, vor allem, weil die, die traktiert die Voodoo-Puppe, und ich darf dafür sterben, ey. Ach, da, also. Ja, guck mal, das ist der Nasen dran. Ist doch klar, dass ich das mache. Ja. Oh, warte mal, fein ist nicht, dass ich das drinnen. Geht doch nicht weiter. Okay. Ah, da sieht jetzt eh nichts mehr. Kann das sein, dass ihr das nicht hört? Was? Okay, ihr hört's nicht. Na, ich hab diese, 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 äh, diese Lobby-Klingel in der Hand und klingel die ganze Zeit. Nee, das höre ich nicht. Nö. Schade. Ich dachte, ich könnte euch jetzt so, so ein bisschen erschrecken, aber das funktioniert ja ja nicht mehr. Nee, vor allem, wenn da eine Lobby-Klingel permanent klingelt, dann hat man ja auch Angst. Weil man sich da nicht denken kann, aha, Sira klingelt. Nee, ich kam da gerade so um die Ecke mit dieser Klingel, stand hier direkt vor dir und hab einmal geklingelt, aber es kam einfach keine Reaktion. Nee, wenn, wenn du Geist bist, dann... Hm, hm. Reisachsberuf. Diese Puppe hat den Geist ziemlich sauer gemacht, ja. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier los, oder? Jep. Ja, ich schlage gleich im Sitzen ein. Gut, okay, dann tschüss. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hä? Okay. JavaScript. See mars pa�. Ich komme den schnuss. Bye. ski was. ών事. амまあавaaaaa. Bye. 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 Vielen Dank.